Hit me like a ton of bricks Doesn't matter, weak or strong Take your time Moin ihr zum ersten und zum ersten Reden und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Planet Coaster Zurück in unserem Freizeitpark The Legend Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine lieben Freunde Ich habe heute einiges vor mit euch in dieser Folge und möchte ein wenig wieder an unserem schönen Freizeitpark weiterbauen Doch bevor wir das Ganze machen, möchte ich erstmal ganz kurz auf eine kleine Sache eingehen Nebenbei werde ich einfach mich hier so ein bisschen dran machen und werde hier ein bisschen weiter meine Dekorationsarbeit vornehmen Ja, wir waren ja letztes Mal hier oben an dieser Burg dran und haben hier so ein bisschen schon mal ausdekoriert Und da möchte ich gerne heute mit euch weitermachen, hier an diesem Berg und Alm drum und dran Und möchte währenddessen, oh das war die falsche Auswahl, so Möchte währenddessen mit euch über ein bisschen was reden Und zwar, meine lieben Freunde Heute in diesem Video wird es keine Timelapse geben Das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund, dass es die nicht gibt Und den möchte ich euch jetzt erstmal plausibel erklären Denn der Grund ist einfach, mir fehlt die Zeit für eine Timelapse Mir fehlt die Zeit, dass ich jetzt eine Timelapse für euch aufnehme in Planet Coaster Weil ich etwas anderes Großes am Vorbereiten bin für euch Das werdet ihr dann am 27. Juni, wo der Release des Sommerupdates von Planet Coaster ist, erfahren Ja, da werdet ihr dann Bescheid bekommen oder werdet das Video sehen Ich plane nämlich ein riesengroßes Special für euch Und ich bin gespannt, wie ihr es finden werdet Denn da fließt gerade aktuell sehr, sehr, sehr viel Herzblut rein Ja, also das soll wirklich ein richtig, richtig geiles Special werden Zum Release des Sommerupdates von Planet Coaster Womit ja Feuerwerk und alles andere ins Spiel reinkommen Und deswegen möchte ich euch einfach darum bitten, dass ihr mir verzeiht Dass jetzt bis nächste Woche, also bis zum 27. Vielleicht keine Timelapse mehr in meinen Videos zu sehen sind Ja, das sind jetzt noch ganze 6 Tage Ich denke mal, das werdet ihr überleben Ich versuche ja trotzdem qualitativ hochwertigen Content rauszuhauen Aber das ist halt auch nicht immer ganz einfach, wenn man echt sehr, sehr viel um die Ohren hat Und ich möchte direkt im gleichen Zuge auch nochmal etwas erwähnen Und zwar am 29. Juni, also zwei Tage später Findet auf Twitch www.twitch.tv.gtime.tv ab 6 Uhr morgens ein Livestream statt In dem ich mal einen Tag hinter meinen Kulissen streamen wollte Damit einfach mal so Leute, ja Zuschauer, die sich dafür interessieren Was macht eigentlich der Kevin den ganzen Tag? Wie ist das Leben von so jemandem, der so viel streamt, der so viel YouTube macht Was hat der für einen, also wie lebt der eigentlich? Was macht der den ganzen Tag? Und da möchte ich einfach an diesem Tag im Livestream meine Videos aufnehmen, schneiden Rendern werden wir sie nicht und auch nicht hochladen Ich nehme aber die Videos zum Beispiel für einen Tag schon im Voraus auf Oder vielleicht sogar werden wir ein bisschen vorproduzieren Je nachdem, wie die Zeit es zulässt Und dann werde ich noch ein bisschen an Minecraft Legend weiterarbeiten Vielleicht zwischendurch auch ein bisschen einfach so Planet Coaster mit euch spielen und so Also ich habe einiges geplant für diesen Livestream Dass ihr einfach mal so einen Tag hinter den Kulissen seht Wie das so abläuft, wie ich alles plane, vorbereite, wie ich meine Projekte manage Und so ein Kram, wie das alles so vonstatten geht Und ich weiß um 6 Uhr morgens müssen einige in die Schule oder zur Arbeit Aber es tut mir leid, da beginnt mein regulärer Arbeitstag Den kann ich ja nicht einfach für euch verschieben Das heißt für die Leute, die jetzt sagen Ah nee, 6 Uhr morgens, da kann ich nicht dabei sein Ihr könnt ja einfach später mit einsteigen und euch das mal angucken Und dann fragen, ey Kevin, was hast du heute eigentlich alles schon in deinem Arbeitstag so erledigt? Und dann können euch das auch zur Not die Zuschauer, die die ganze Zeit dabei sind, schon erzählen und erklären Und dann kriegt ihr einfach mal mit, wie viel Arbeit da eigentlich so reinfließt Oder wie viel so ein YouTuber oder Streamer, der wirklich sehr, sehr viel Zeit in alles reinsteckt Was der so am Tag alles zu tun und zu machen hat, ne? Man will ja nicht sagen, dass es ein anstrengender Beruf ist, so wie zum Beispiel Koch oder Bauarbeiter Das sind wirklich körperlich anstrengende Berufe, das gebe ich selber zu Ich meine, ich weiß es ja persönlich sogar am besten Ich habe als Koch ein paar Jahre gearbeitet und weiß genau, wie es ist, in einer Allerkart-Küche zu arbeiten Wo wirklich Stress pur angesagt ist Also da braucht mir keiner was erzählen Aber trotzdem ist YouTuber oder Streamer zu sein auch manchmal ein sehr stressiger Beruf Einfach für den Kopf, weil man sich viele Dinge immer behalten muss und an vieles denken muss und so ein Kram Und ja, das ist das Wichtige halt, dass man nichts vergisst oder so Dass man das alles relativ gut in meinem Hinterkopf behält Und diese Berge, ne? Das sieht immer cooler aus Also das gefällt mir richtig gut, wie wir hier so ein richtig schönes Muster reinbekommen Jetzt müssen wir halt nur noch drüber brushen Und dazu möchte ich euch, wie gesagt, ganz gerne einladen Also wer Bock hat, kann da gerne einschalten Am 29. Juni um 6 Uhr morgens soll es losgehen Auf www.twitch.tv Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr zahlreich erscheint Ja? Und dann werden wir da mal richtig loslegen Da werden wir mal einen richtig geilen Livestream machen Und ich freue mich vor allen Dingen auch auf die Arbeit an Legend Weil dann sind einfach mal viele Leute im Chat wahrscheinlich Die mir auch so ein bisschen Input und Ideen geben Die wir dann auch umsetzen können Oder auch bei Planet Coaster, ne? Dann kriegt ihr mal mit, wie ich zum Beispiel so eine Timelapse in einem Livestream Werde ich das bestimmt machen Dass ich die ein oder andere Timelapse für ein Video aufnehme Und dann seht ihr einfach mal, wie viel Arbeit da drin steckt, ja? Wenn ich alleine nur eine Timelapse aufnehme, wo ich anfange auszudekogieren und so Weil dann sitze ich auch da eine halbe Stunde, Stunde am PC und nehme einfach nur auf, wie ich am Bauen und Spielen bin Und das ist trotzdem Zeit, die einfach dann im Tag fehlt, ne? Und dann versteht ihr vielleicht auch beim nächsten Mal besser, wenn mal irgendwas in Verzug oder so kommt Einfach, weil das echt manchmal, muss ich aber auch sagen, übernimmt man sich einfach Dann nimmt man sich einfach zu viel für den Tag vor Und da muss man einfach drauf aufpassen Und ich trinke jetzt mal eben ganz kurz hier einen Schluck von meinem Trinken Denn es ist sehr, sehr warm draußen Leute, ganz kurzer Hinweis von mir Trinkt wirklich ausreichend Trinkt bei der Hitze wirklich ausreichend Das ist ganz wichtig Immer genügend trinken, vor allen Dingen ganz wichtig Wasser Trinkt nicht die ganze süße Scheiße den ganzen Tag lang Ja, ich weiß Limo und sowas schmeckt richtig gut Ich will euch auch nichts vorschreiben Aber wirklich trinkt ausreichend Wasser Das ist ganz wichtig an solchen heißen Tagen So, und dann tun wir jetzt erstmal hier Richtig schön wieder ein bisschen hier die Hügel formen und so Und wir kommen ja gut voran mit unserem Park Also das läuft ja wirklich bestens hier Also ich bin mega, mega hart zufrieden So kann es auf jeden Fall weitergehen Also wenn wir so weiter in unserem Park arbeiten Dann sind wir echt auf dem besten Wege Dass wir hier echt ein richtig, richtig schickes Design kriegen Ich meine, guckt euch mal den Berg an, oder? Der sieht doch wirklich, wirklich geil aus Also die Leute, die da am Anfang Theater geschoben haben Die verstehe ich einfach nicht Weil, ich habe ja gesagt Geduldet euch einfach mal ein wenig Dann wird das schon richtig geil aussehen Hier habe ich mir übrigens auch schon was vorgenommen Hier will ich nämlich Wasser an der Seite runterlaufen lassen Wieder So ein Wasserfall in der Art Das soll echt auch richtig geil aussehen Dann müssen wir nur gucken, dass wir hier oben So ein bisschen drüber gehen Und vielleicht sogar hier Wie so eine Art Stütze rausbauen Ja, genau, so wollte ich das machen So quasi, dass der hier so drum geht, der Berg Dass dann hier genau Das so ist Sehr schön Und dann müssen wir nämlich jetzt gucken Dass wir hier dann So ein bisschen Das wird auf jeden Fall Sehr, sehr viel Arbeit sein Bis ich dieses Ding hier Irgendwann mal abgeschlossen habe Also diesen Berg Diesen Pidget Spinner Berg Den ich hier angefangen habe Weil ihr seht ja Das ist super, super viel Arbeit Hier alles richtig schön zu formen Und zu machen und zu tun Aber das kriegen wir schon hin Das ist kein Problem Also da bin ich Wirklich mehr als zuversichtlich Dass das hier Richtig, richtig gut klappen wird Am Ende Das schaffen wir auf jeden Fall Müssen wir nur gucken Ich würde ganz gerne Hier nochmal Noch so eine Stelze machen Die müssen wir halt nur Oh, da müssen wir aufpassen Hier ist ja noch eine Achterbahn Ja, da müssen wir hier Sogar nochmal ein bisschen Breiter machen Damit wir dann hier Das Ganze nochmal ein bisschen Kicken schöner geformt kriegen Ja So, und dann gehen wir jetzt Hier oben rum Genau Und dann müssen wir jetzt schauen Dass wir das hier Irgendwie so ein bisschen Umherum formen Genau So Zack So, und dann gehen wir hier Genau So dran Und dann formen wir das Das sieht jetzt echt Ein bisschen eigenartig aus Muss ich selber zugeben Da bin ich ein bisschen Zu weit vorne gewesen Da müssen wir jetzt einfach Da können wir jetzt hier Den quasi immer schön Reindrücken So, ne Oh, ja Manchmal hat das zwischendurch Irgendwie so lecks das Spiel Also ich hoffe, dass die Entwickler Auf jeden Fall auch mal Ein Patch rausbringen Wo sie ein bisschen noch was An der Performance vom Game machen Weil die ist Sobald viele Besucher Im Park sind Echt alles andere als prickeln Also da muss ich ehrlich mal sagen Hier, lieber Entwickler Bitte, bitte Macht mal, bitte So, und dann müssen wir hier Nochmal so ein bisschen Drüber gehen Ja, sehr schön Sieht jetzt aus Irgendwie wie so zwei Beine Und einen Hintern Der hier rausguckt Ne, irgendwie Ich hab das Gefühl Das sieht noch sehr, sehr Eigenartig aus Aber das müssen wir einfach Nur noch ein bisschen formen Dann wird das besser Das kriegen wir schon hin Wir können ja hier unten Das ist halt echt super, super viel Arbeit Ich wiederhole es immer wieder Und ich kann euch noch mal an den nächsten Leuten angucken Wie die ausdekoriert werden Können wir hier den Eingang platzieren Und das ist schon mal gut Und hier nochmal eine Mauer hin Dann müssen wir das machen Detaillierter ein Also da kann man besser arbeiten So, dann müssen wir hier unten mit So, dann müssen wir hier jetzt runtergehen Genau Und dann setzen wir nämlich da Schön die Mauern dran Und dann seht ihr das auch schon Dann sieht das hier mit der Mauer besser aus Das ist halt so eine Sache Die muss auch gemacht werden So So Genau Sehr schön Dann haben wir das nämlich auch geschafft Und dann können wir jetzt hier anfangen Dann setzen wir nämlich jetzt hier Auch unsere Mauern dran Und können die dann so machen Genau Und haben das dann auch nochmal Viel, viel schöner alles hier Also dass das echt gut zueinander passt Das ist dann schon mal eine feine Sache Auf jeden Fall So Und hier auch Sehr schön Dann haben wir das nämlich auch So, dann müssen wir jetzt nur noch gucken Dass wir das hier auch machen So Zack Zack Und zack Sehr schön Dann haben wir das auch Und dann geht es hier auch noch da dran Ja Sehr schön Und hier müssen wir sie auch vorsetzen Das passt Sehr geil So, dann haben wir das nämlich auch schön gemacht hier Und hier werden wir jetzt hingehen Da werden wir jetzt quasi dann Ähm Mal gucken Da werde ich hier vielleicht je nachdem auch Nochmal schauen Dass ich das hier so richtig schick baue Dass wir dann hier quasi unser Gebäude hinsetzen Ähm Ähm, da würde ich das dann sagen Das machen wir dann so Dass ich hier Nein, nicht das Sondern das hier nehme Genau Dann lassen wir dann hier quasi den Weg hochgehen Hier geht der raus Obwohl Ich würde sagen Ne, das setze ich nochmal einen Ticken um Das setzen wir nochmal ein bisschen um Wir gehen nämlich hier hin Zack Dann nehmen wir hier einen halben Setzen den da hin Sehr schön Und dann machen wir jetzt erstmal hier mit dem Weg Da müssen wir mal ganz kurz schauen Dann klicken wir mal hier kurz drauf So Eingang mit Weg verbinden Genau Ähm Sollen wir da Holz oder Sollen wir das da nehmen Ich weiß es nicht Die Breite müssen wir auch mal gucken Ähm Ja, da sollten wir eigentlich eine Breite von 4 am besten nehmen Das Problem ist Ich kann hier oben keinen 4 breiten Weg hinsetzen Das ist echt doof Da würde ich sagen Wir setzen jetzt einfach mal hier den Weg so ein bisschen Äh, mal gucken Ne, da geht der drüber, ne Ja, da müssen wir mal gucken Dass wir das dann hier Wenn ich den jetzt hier 4 breit mache Das klappt natürlich sehr gut Aber Äh, da müssen wir mal gucken Hier Hier können wir perfekt zum Beispiel die Treppe runter machen Seht ihr Das klappt richtig, richtig gut Ich meine gut Da drinnen sehen tut man es eh nicht Das passt schon mal So, dann machen wir den Weg so Jetzt habt ihr das schon mal hier gesehen Das sieht schon mal sehr, sehr geil aus Aber Ich habe eine Idee Vielleicht Vielleicht klappt das, Leute Müssen wir jetzt mal schauen Ob es gut aussieht am Ende Das müssen wir jetzt einfach ausprobieren Und zwar Ja Ey, das wird mega aussehen Das ist richtig geil Guckt euch das an Das passt perfekt da dran fast, ja Das können wir richtig gut da dran setzen Dann machen wir das auch Dann nehmen wir lieber dieses Mauerstück hier Setzen das da so dran Zack Und dann kommt hier Nochmal So das Stück dran Genau Dann kommt hier Die Mauer so Moment So, zack Sehr schön Und hier Setzen wir jetzt nochmal Einen Torbogen hin So Geil Oder Das sieht doch mega aus Dann können wir hier so richtig geile Eingänge machen Dann kommen hier nochmal so kleine Äh, Dächer drüber Das wird auf jeden Fall Mega, mega cool aussehen Und Da bin ich echt auch mal Auf euer Feedback gespannt Wir haben jetzt angefangen Hier das Gebäude schon mal so ein bisschen zu bauen Ihr seht schon mal so So entsteht halt ein Grundgerüst von dem Gebäude Ich probiere halt ein wenig aus Aber mit der Zeit wird man in dem Spiel so gut Dass man relativ schnell auf solche Ideen halt kommt Dann kann man noch hier hingehen Wenn man das noch ein bisschen schicker ausdekorieren will Und kann dann hier unter Gebäude, Bauplan Oder besser gesagt angepasst alle gehen Und nimmt dann das hier raus Und dann kann man sich hier einfach mal umschauen Was man hier noch so an Dekorationssachen findet, ja Ihr habt hier so viele Möglichkeiten Wie ihr solche Wege schmücken könnt Und so ein Kram Also da ist unendlich viel vorhanden Auch wenn ihr erst unter Szenerie geht, ja Da habt ihr so viele Sachen hier Da kann man so viel dran klatschen Das ist der Wahnsinn, ja Also hier bei Gebäude zum Beispiel Wenn ihr auch unter Fenster Dekor geht Da habt ihr dann hier diese ganzen Teile, ne Das hier kann man zum Beispiel super, super geil Für Treppen benutzen Da muss man dann halt hingehen Dreht sich das so ein bisschen zurecht hier Wartet mal, ich zeig euch das mal So, dann kann man das hier so nehmen Dann dreht man sich das nochmal so ein bisschen gerade Zack Und dann geht man hier so hoch Da ein bisschen dran Und dann fängt man an Dann muss man sich das halt nur so ein bisschen herrichten Das ist alles gar kein Thema So quasi, zack Und dann drehen wir die nochmal gerade Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott So, dann drehen wir das so Ihr seht schon, ne Was ich meine halt Dann kann man sich das hier Immer weiter so ein bisschen ausrichten Und dran machen Und ihr seht Das sieht am Ende dann richtig geil aus Dann habt ihr hier halt wie so ein Wie so ein Muster halt, ne Was ihr dann noch einbringen könnt Das wird jetzt bei dem Gebäude, glaube ich Nicht so geil aussehen Da muss ich ehrlich sagen Da sagt mir mein Gefühl Hm, nee Ich glaube, das ist nicht so schick, Kevin Wenn du das nimmst Das kann man hier dann so da dran machen Gefällt mir jetzt aber nicht so gut Da müsste man halt schauen, ne Wie man das Muster am besten baut Da eignet sich auch nicht der Bereich hierfür Weil hier müsste man weitergehen Also am besten ist, wenn man mit den Sachen hier arbeitet Mit dem Marmor oder Kalkstein besser gesagt Dass man da schön mit Holz oder so noch einbringt Werden wir alles noch machen Ähm, ich würde sagen Das war's erstmal von der Folge heute Da werden wir morgen dann hier an dem ganzen Kram weiterbauen Und werden schön weiter ausdekorieren Ihr seht, das macht auf jeden Fall alles Fortschritte Und überlegt mal, wo ich den Berg angefangen habe Und wie der jetzt schon aussieht Das dauert halt seine Zeit, ne Dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt Ich hoffe, es hat euch gefallen Falls ja, würde ich mich auf jeden Fall über ein Däumchen nach oben freuen Und über euer Feedback in den Kommentaren Und dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge von Planet Coaster wieder Danke, dass ihr zugeschaut habt Wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt Könnt ihr natürlich gerne rein abonnieren Sofern ihr es noch nicht getan habt Und dann würde ich sagen Bis zur nächsten Folge Und nicht vergessen Heute ist kein Livestream Ich streame erst wahrscheinlich Ab nächster oder übernächster Woche wieder aktiv Momentan ein bisschen viel um die Ohren Ich gebe Bescheid Sobald es wieder richtig losgeht mit den Livestreams Danke für euren Support Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 page ้